Weiß nicht, Wichsen? Ich brauche keine Handeln, Wichsen ist ein guter Handeln. Dinge, die funktionieren. Das ist ja auch so jeden Tag, weißt du, du fährst so, so. Ne? Du fährst halt so rum und dann so. Du wirst, da kommt so ein Hund auf dem Motorrad hingegen. Ich frage mich gerade, ob der Hund bezahlt wird. Ja, Mann, das ist herbe, du hast auch irgendwie arbeiten, Mann. Wir gucken uns Köstermittes an. Warum machen wir es nicht um 3 Uhr, dann kriegen wir bestimmt zwei mehr Klicks oder so. Ich kann das ja, warte, ich kann das mal so kurz so cool Photoshoppen, warte. Es ist 3 Uhr morgens. Okay. Ich weiß nicht, das ist ein Bild, was du aus einem schlechten Indie-Horrorspiel nehmen kannst. Okay, ich glaube, das könnte auch einfach wie ihr sein, ne? Ich bin der Autografie, du bist ja nicht so scheiße in meinem Bild. Hold up, just a second there. Ich meine, sechs Finger sind schon gruselig, aber sieben ist, ähm, ähm, Tim natürlich, der hat sieben Finger. Bestimmt, das gibt es aber den Bestand mit zehn Finger oder so. Weiß nicht, jeder hat irgendwie zehn Finger. Also, ist das die Beach-Fahrfilmung von Jesus? Oh mein Gott. Nein, das kann ich nicht. Doch, kann ich. Haben die das jetzt wirklich durchgezogen? Du kannst das an den Schatten sehen, dass er ins Leere läuft. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, gruselige Sachen wurden immer mit einem Toaster aufgenommen. Guck dir das so. Warum? Warum? Gott, fuck. Ich finde ja schön, dass die Wand einfach komplett zerstört ist. Das, das, das gibt ihnen noch einen besonderen Touch. Frisch. Ich habe gerade kurz überlegt, was ist das? Und von wo kommt das? Von wo ist das weiße Ding da? Was ist das hier? Ich habe halt das weiße gesehen und dachte, ist das ein Helm? Ist das eine komische Kette? Achso, nein, das ist eine Autose. Sie hat gerade aus deinem Arsch gewählt. Ah, wie kann das deine Eier nicht zerquetschen, Alter? Wie funktioniert das? Das hat wahrscheinlich gar keine Eier. Amerikanische Unterhosen. Gut, die sind immer sehr stritschi. What the fuck ist mit dem Typen los, Alter? Aber ich finde das Recht da, dass du den Rechts hier rausgeschmissen hast, ne? Das ist what the fuck. Also ich muss sagen, diese Man-Bandu ist echt sexy. Das muss zugehen, ne? Ja, ja, ja. Ich frage mich gerade, foltert ihr ihn damit? Ist das sein eigener Fuß? Das zu sehen? Nein, das ist nicht sein eigener Fuß. Warte, oh mein Gott, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das ist sein eigener Fuß. Nein, der ist gut gedehnt. Ich probiere das gerade selbst und der ist einfach gut gedehnt. Ich hasse es. Oh Gott, jetzt merke ich, was da passiert. Oh, warte, komm da. Was sind das? Was sind das Pilze? Oh Gott. Ich dachte kurz, das wären Löwenzahn. Okay, pöster. Wie ging das nochmal, das Zitat? Ah ja, genau. Schön schleimig, eklig und knusprig von außen. Wenn jemand die Serie kennt, schreibt es bitte nicht in die, oder schreibt doch, doch tut es in die Kommentare. Ah, was, warum, warum, wieso, was? Warum sieht er so aus wie LeFloid? Wie, wieso? Wieso nicht? Ah, da ist der Elefant wieder. Das ist derselbe Elefant. Da sorgt das ein. Da kommt es wieder raus. Oder andersrum. Oh, oh. Cursed Fruit Groll-up. Nächstes Bild? Oh nein, nicht Play Ground. Lass doch die Kinder in Ruhe. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Der lächelt. Der denkt sich so, geil, ich hab Spaß. Und der andere guckt da so rüber und denkt sich so, komm, bitte lass sie, dass ich seh. Okay, und die Gatherings sind immer schlimm. Ich hab kurz gedacht, die wird so einen Shrek darstellen. Dann hab ich's mir da hinten aufgefallen. Darf ich ehrlich sein, die sind nicht konsequent. Guck dir mal das Kind links an. Ja, ich hab's auch gesehen. Oh, schooioi. Alter. Da sind einfach wieder die Leute mit Körperspannung. Das ist, Alter, das ist dich Curse into Justice next fucking level, Alter. Das musst du erstmal hinkriegen. Oder warte, oder tun die anderen... Nee, niemand würde so... Das ist so... Weißt du, du kennst doch diese Dinger, die so ganz schnell drehen. Das gibt's auch so... Ja, ja, ja. Das sind halt die Dinger. Der läuft wahrscheinlich so im Kreis noch hinterher, so. Ja. Ah, ja, okay. Auch Forrest, Forrest zum Beispiel. Blair Witch, Alter, das ist die Blair Witch. Nee, Quatsch, das ist die Wüterin. Jedes Mal, wenn diese Frau aus dem Ring, da schlägt sie sich auf den Kreuz. Boah, Alter, Scheiße. Das erinnert mich an eine Szene, die ich tatsächlich mal hatte. Ihr fragt mich gerade, was daran Cursed ist. Einmal, der war mit der Gitarre. Das ist schon... Zweitens. Das. Drittens, der in Rot. Was tut der da? Oh, Kitschen sind auch immer schön. Guten Appetit. Cursed Bringer. Und die geben einfach so Sieberfucks einfach alle. Ich hab gerade ein bisschen gebraucht, dass das Wasser ist. Alles cool. Hä, das ist doch voll die Kasse. Zumindest fällt das auch, wenn man spägt. Ja, soll ja sein, das ist bestimmt voll die Kasse. Also, ich meine, wenn der jetzt so 30 Schläuche rausgeben würde, okay, aber so. Ne, 30 Schläuche. Oh, what? Nein. Oh nein, das tust du nicht. Das tust du definitiv nicht. Wie viele Pferdestärken hat sein Fahrzeug? Ich glaube, zwei danach. Kannst du dich an den Fleischanzug von Lady Guck? Ja. Ich glaube, das waren ihre Schuhe. Aber ich hab erst kurz gedacht, es war Pizza oder so, ne? Dann hab ich so das Ohr so gesehen, so, oh. 14.999 und jetzt High Pitched für den grünenden Abschluss von Ihnen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.